2 2 1 Go 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 Jump for it Blackhawk down Meinst du es gibt irgendwann in real life sowas? Was meinst du? Ja so Battle Royale mäßig Gibt's doch schon in Russland Hast du nicht mit den kommenden Nachrichten? Nee In Russland wurden 30 Leute ausgesetzt Wir müssen uns überleben können Echt? Ja ich würd Ja ich kann mir das richtig vorstellen Dass so reiche Millionäre Einfach so 30 Leute nehmen oder 50 oder 100 Leute Die so richtig arm sind Die überall so Waffen positionieren Überall Kameras So und es halt verboten auf Kameras zu schießen Sagen sie ja wenn ihr das schafft kriegt ihr halt Keine Ahnung eine Million Eine Million Euro oder eine Million Dollar Und ja wenn ich dann nicht halt Dann verkackt ihr Ihr müsst nicht mitmachen so Aber ihr könnt halt so ziemlich schnell Geld machen Glaubst du nicht dass da Dass da Leute mitmachen würden? Ich würd da nicht mitmachen Ich hätte Angst Ja weil du halt ein abgesichertes Leben hast Ja weil du halt ein abgesichertes Leben hast Du hast eine Arbeit und alles Was meinst du wie das mit Leuten aussieht Die eine Familie haben Die Kinder ernähren müssen Und die nichts haben Motoren Motorrad Hatten Ich hab einen Ich hab einen Ich hab einen Ich weiß nicht ob der Typ hier Disconnected ist oder ob der noch spielt Leute Leute als ob der mit dem Moped einfach weitergefahren hat Hab den zweiten gekillt Ja jetzt habt ihr gleich Der lootet ein Haus Kriegt gleich ne AK oder so Das kann doch nicht sein Ne 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 Skala auch noch Hab einen gehettet Einer läuft bei dir Unten Hat Hits Hat Hits Rotes Haus Zwischen uns Da unten Ok Du bist grad auf dich allein gestellt Ich muss mir ein Visier finden Und ich versuche irgendwie aufs Dach zu gelangen Ah ich sehe den anderen Spieler Nicht der Manu Versteck dich nicht so Zweimal gehettet Wer hat jetzt gesandwiched Das ist nicht so schön Geh einfach in dein Haus Geh einfach in dein Haus Ich bin hier in dein Haus dran Bei der Muni Hab auf jeden Fall schon mal Medipick für dich Ich versuche trotzdem eben Kacke da könnte ich meine Waffe upgraden aber Wer hat gepusht Schaffste schaffste Manu Ich komm dir entgegen jetzt Einer ist hier bei mir Irgendwann in den Häusern Ich komm auch gepusht Bin aber weit hinter dir Der schleicht hier irgendwo rum Ok Kannst ich mir Zeit lassen Ja ja ich geh jetzt Raus Einer neben mir Einer habe ich down Einer habe ich down Zweiter down Hier bei mir immer noch einer Jaja Wo genau weißt du das Direkt um mein Haus rum Rechts Sehe ich Sehe ich Komm zu dir Der ist immer noch draus Außerhalb Ja Fuck Der hat mir eine Granate reingehauen Ich musste rausrennen Ich hasse diese Waffe Ich habe nur noch Acht Schuss Und ein Zwei Schuss Also der Meld ist in dem Haus drin Rechts Da? Genau da Hat der Waffen? Ja ja der hat Waffen Ja Och Gott Der war schon außerhalb Ich habe versucht noch um den drum zu laufen Aber Bin gegen den gelaufen Aber war eine schöne Runde eh Schade 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 Warum werde ich dann immer so doof gesandwichen?